Hallo, ich bin Caro und ich bin Theologin. Ich bin Pater Albert, Dominikaner aus Klausen. Und zusammen sind wir auf einem Café mit Pater Albert. Ja, Caro, wo sind wir denn heute? In Prümm. In Prümm. Caro zeigt uns ihr Prümm. Das ist heute unser Thema. Also, bleibt dran. Let's go. So, hallo Caro, wir sind jetzt hier am Hauptplatz in Prümm. Genau. Das ist die, wie nennt sich das hier? Die Sankt Salvator Basilika. Sankt Salvator Basilika, genau. Richtig, die hat auch eine ziemlich alte Geschichte. Die ist nämlich im 8. Jahrhundert, ist Prümm Abtei geworden. Dank München und der Bertrara aus Echternach. Und deshalb haben wir jetzt diese wunderschönen Gebäude hier in Prümm stehen. Genau. Und ihr habt doch, glaube ich, auch die Spitzenreliquien, eine der Spitzenreliquien, die Sandalen Christi. Die Sandalen. Und hier ist auch Kaiser Lothar begraben in dieser Kirche. Ich glaube, dann gehen wir mal in die Kirche rein. Machen wir. Dann kannst du uns ein bisschen was zeigen. Alles klar. Wir sind jetzt hier in der Sankt Salvator Basilika in Prümm. Vormals eine bedeutende Benetinenabteil. Für mich als Ordensmann ist es natürlich auch immer schön, an Orten zu gehen, wo Ordensleute gewirkt haben. Und hier haben Benediktiner ja bedeutend gewirkt. Regino von Prümm, glaube ich, heißt er mit der berühmten Regel. Und schriftstellerisch war er wirksam im Karolingischen Reich. Also von daher ein bedeutender Ort und auch ehrfurchtgebietend, wie man so schön sagt. Karo, wir sitzen jetzt hier an einem schönen Ort in Prümm. Wir zeigen auch mal gleich mal ein paar Bilder von dem Ort. Es ist einerseits ein, ich würde mal sagen, ein gefallenen Ehrenmal. Genau. Kriegerdenkmal. Kriegerdenkmal. Aber es gibt, steht hier auch eine Kapelle. Ja, die Sankt Wendellinos Kapelle. Was hat es mit der Kapelle auf sich? Naja, es ranken sich ja viele Sagen um die Springprozession. Und hier hat die Springprozession wohl mal angefangen. Also nicht die Prozession an sich, sondern es gab früher wohl auch eine Springprozession rund um Prümm. Ja, wir hatten auch neulich einen Vorschlag darüber. Und für die Prümmer ist die Springprozession heute noch total wichtig. Denn hier beginnt die Springprozession nach echter Nacht, beziehungsweise der Pilgerweg bis zum heutigen Tag. Da gehst du immer mit. Ja, dieses Jahr leider nicht. Aber nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Dieses Jahr hatte ich andere Dinge. Ja, stimmt. Da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Aber jetzt an der Basilika, die wir ja auf jeden Fall in diesem Video auch noch haben. Die ist sehr schön. Die haben wir schon gezeigt oder wissen wir nicht, wo wir jetzt diesen Film hier einbauen ins Video. Auf jeden Fall, es war es schon oder es kommt noch. Genau, also von daher. Genau, also Prümm hat viele, viele tolle Sachen. Also es ist eine altehrwürdige Ort, Stadt mit einer großen Geschichte. Es ist eine Kleinstadt. Mit einer großen Geschichte, auch für das geistige Leben, geistliche Leben hier. Und auch dieses gefallene Ehrenmal hat ja auch sozusagen, wenn man hier guckt, sind viele Namen. Und bei der letzten Tafel kam man sich durch die Explosionskatastrophe vom 15. Juli 1949 umgekommen. Das sind schon quasi ja gewisserweise einige Jahre nach dem Krieg nochmal was Stimmes passiert. Genau, die Franzosen hatten hier in Prümm, war oben am Kalvarienberg, wie er heißt, ein Munitionslager. Und das ist quasi vor wenigen Tagen, vor 75 Jahren explodiert. Es sind zwölf Menschen umgekommen und es hat quasi die Spitze von Prümm mitgerissen oder die Höhe von Prümm mitgerissen. Man sieht diesen Krater definitiv. Und die Kapelle, die da stand, die Kalvarienbergkapelle, ist ebenfalls abgerissen worden. Der SWR hatte ja kürzlich auch einen Beitrag darüber. Das ist schon tragisch, dass sowas so kurz nach dem Krieg nochmal passiert ist. Ja, schlimm, eigentlich schlimm. Und dass auch die Stadt dann hier auch nochmal mit Leidenschaft gezogen wurde. Also eine traditionelle Sache. Und du hast ja dein Büro, wir gehen ja auch gleich nochmal in dein Büro. Du hast ja dein Büro im ehemaligen Konvikt. Auch das ist natürlich für das kirchliche Leben hier bedeutend, dass das Bistum Trier ja hier quasi ein kleines Seminarmal hatte. Also Männer, die hier auf dem Priesterbüro vorbereitet wurden. Weißt du, wer hier zur Schule gegangen ist? Nein. Oskar Lafontaine. Oskar, der berühmte, der berühmte, also von daher. Ja, genau. Und in dieser Schule, also in den Räumen dieser Schule hast du dein Büro. Richtig, beziehungsweise nicht dieser Schule direkt, sondern dieses Internat. Genau. Ja, und es ist auf jeden Fall heute schön umgenutzt worden. Ich glaube Anfang der 2000er war das. Dass es zum Haus der kirchlichen Dienste und der Kultur geworden ist. Schön, schön. Und dahinter ist auch eine Jugendherberge. Genau, wir haben auch eine Jugendherberge in Pummen, eine sehr, sehr schöne Jugendherberge. Genau, da war ich einmal. Da war ich einmal. Es war sehr schön mit Messdiener, war eine schöne Sache. Aber, wenn wir jetzt hier bei dem Internat waren, wir haben noch nie darüber gesprochen, Vater Albert, warst du auch in so einem Priesterseminar? Also ich war, wir Dominikaner haben ja eine eigene Ausbildung, die Ordner haben ja eigene Ausbildung und ich war im Studentat, heißt das. Also ich war im Studentat, das heißt die Phase nach dem Noviziat ist dann das Studentat. Und da war ich tatsächlich also zunächst in Balberberg, das es heute als Dominikaner-Kloster dann nicht mehr gibt, weil da waren wir etwa 15 Studenten und dann mit einer Unterbrechung in einer kleineren Gemeinschaft. In Mainz war ich dann nochmal richtig in einem großen, großen Kloster mit auch einer eigenen Universität und quasi wie ein Seminar in Washington DC im Dominican House of Studies. Und da habe ich das dann auch mal, da waren wir 25 Studenten, 25 Patros, 25 Dominikaner-Studenten aus vielen Ländern der Welt. Das war toll, das war eine tolle Erfahrung, die mich auch geprägt hat. Also ich sage mal, das war schon eine tolle Zeit. Drei Jahre durfte ich da verbringen und deswegen weiß ich so ein bisschen, auch wenn es nicht Seminar wie Weltpriester war, aber trotzdem mit so vielen Dominikanern, jungen Dominikanern zusammengelebt zu haben. Und auch natürlich dadurch kann man auch Chorgebet und sowas viel anders beten und feiern, als wenn man mit, ja jetzt wir zu zweit machen es auch schön, aber mit 10, 15, 20 ist das nochmal was anderes. Ich meine, Washington ist schön, aber Brümmen wäre wohl noch schöner. Ja genau, genau, also von daher, genau. Also ich habe mich ja auch gewisserweise gegen Washington entschieden, bin ja nach Deutschland zurückgekommen. Gott sei Dank. Gott sei Dank, genau. Also bis später. 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 Bis später.